Modeln, Schauspielerei oder Moderation – Abwechslung und Multitalent wird bei Sophia Thomalla großgeschrieben. Dass die Schönheit das Leben im Rampenlicht sucht, ist vorherbestimmt. Als Tochter von Filmschauspielerin Simone Thomalla und Theaterschauspieler André Vettas erblickt die gebürtige Berlinerin 1989 das Rampenlicht der Welt. Aktuell arbeitet die 31-Jährige als Moderatorin. Unter der griechischen Sonne von Paros für die aktuelle Staffel von Are You The One. Im TV und den sozialen Medien ist das Model für seine sexy Looks, seine unendlich langen Beine und seine Ehrlichkeit bekannt. Was sie denkt, das sagt sie auch. Liebend und unterstützend steht stets Mama Simone hinter ihr. Als die Frau mit den braunen langen Haaren und den wohlgeformten Lippen, schreibt die heute 56-Jährige in Deutschland Schauspielgeschichte. Dass es keine engere Beziehung gibt als zwischen Mutter und Tochter, zeigt Sophia auf ihrem Instagram-Account. Zum Muttertag teilt die Moderatorin dieses Foto aus früheren Zeiten. Mit lässiger Kappe, elegant gewähltem Haar und roten Lippen hält die schöne Mama ihr Töchterchen in den Armen. Stilsicher und selbstbewusst posiert das Dreamteam im idyllischen Grün. Der Model-Blick sitzt auch bei Mimi Sophia schon wie eine Eins. Wer hätte gedacht, dass dieses süße Duo mit jedem Jahr noch schöner werden kann? Bis zum nächsten Mal. Was dringendes. 분m lite. Tschüss. positivity Baup Energ cord ius Mit ich